Fallout, nicht nur Commander-Decks, auch Collector-Displays. Ja, ich habe auf diesem Channel mittlerweile alle Commander-Decks von Fallout aufgemacht und der liebe LipLab1 aka Fabi hat mir noch ein Collector-Display zukommen lassen. Diese Dinger sind schweineteuer, wirklich, wirklich schweineteuer. Und dementsprechend konnte ich mir das nicht selber leisten. Deswegen vielen, vielen Dank an den lieben Fabi. Ihr könnt mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort seht ihr sowohl sein Instagram, den könnt ihr mal folgen. Der macht Gewinnspiele, zeigt euch, was er so verkauft. Und ja, super lieber Typ. Gleichzeitig habe ich auch seinen Card Market verlinkt. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, was bei ihm kauft und so weiter und so fort, wäre das großartig, weil der Mann unterstützt mich extrem gut und extrem krass. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, ich habe Patreon. Normalerweise mache ich das am Ende des Videos. Dieses Mal aber am Anfang vom Video. Ich habe Patreon. Ab 3 Euro könnt ihr mich monetär unterstützen und könnt mir dort sehr, sehr viele Dinge ermöglichen. Wie zum Beispiel die ganzen Vlogs, die ganzen Reisen, die ich aktuell mache. Dementsprechend vielen Dank dafür. Und ansonsten sage ich immer wieder, liken, abonnieren kostet nichts. Wenn es euch gefallen hat, natürlich. Das könnt ihr dann entscheiden. So, gucken wir mal in das Fallout-Display rein. Es ist ja zwischenzeitlich mal über 400, 500 Euro gehandelt worden. So teuer ist es zum Glück nicht mehr, aber es ist dennoch schweineteuer. Wir haben ein komplettes Collector-Display von dem guten Universe Beyond mit der guten Dame drauf. Da. Und, äh, ja. Kein Box-Topper. Weg. Und dementsprechend haben wir nur 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Booster. Wir haben 12 Booster vor uns. Collector-Booster. Yay. Gucken wir mal rein. Die sind kacke zum Öffnen. Boah, die sind richtig kacke zum Öffnen. Boah, das wird ein lustiges Video. Das wird ein lustiges Video. Zumindest für euch. Für mich wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wie sie gemacht sind. Hier haben wir einmal, mhm, sehr cool. Direkt so ein Forest. Sind die wieder beidseitig? Nee. Nur so Edged Foil Forest mit einem echt schönen Edged Foiling. Das ist wirklich schön. Oh, ich sollte vielleicht mein Discord auch rausmachen. Das habe ich jetzt getan. Ja, Edged Foiling finde ich ja wirklich. Äh, nicht Edged Foiling. Scratch Foiling. Das ist Search Foiling. Jetzt haben bestimmt schon 20.000 Leute in die Kommentare geschrieben. Das ist Search Foiling und nicht Ding Foiling. Und wir haben immer die Rare Foil vorne. Okay, weird. Rare Foil. Dann Wild Wastelands. Pure Steel Paladin in Foil. Auch echt, echt hübsch. Ich muss mal hier ein bisschen umrangigieren. So, damit ihr das auch wirklich so schön, schön seht, was wir hier ziehen. Und dann haben wir ein Everflowing Chalice in Edged Foiling. Das ist eine Uncome mit Multikickern. Echt coole Karte tatsächlich. Dann haben wir Opulence Palance. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Sean, Father of the Synth in Extended. Temple of Enlightenment. Großartige Karte in Extended. Powder Ganger in Full Art, nee, Extended Art Foil. Dann haben wir Temple of Decent in Full Art Foil. Dann haben wir, ui, Ardash the Founder. Hier kann tatsächlich das Land, was ich wirklich brauche, in dem Slot drin sein. Temple of Misty. Oh, wir haben mehrere Extended Art Search Foil. Inspiring Call. Äh, Call. Nicht schlecht. Und oh, 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 oh. Centurio of the Mark. Und wir haben ein Atomize. Poliferate. Wir zerstören permanent. Das sieht richtig cool aus mit dem Foiling. Ich kriege das leider nicht so gut drauf, wie es dargestellt. Ach so, doch. Warten Sie. Hier. Hier kriege ich es doch drauf. Sehr, sehr cool. Und das ist ein Lord of the Undead. Das ist ein sehr, sehr cooler Zombie, by the way. Und ja, ich finde die Pit-Boy-Sachen ganz cool. Dann haben wir ein Food, beziehungsweise ein Alien. Nice. Wie dieser nette Mann sagen würde. So, diese Booster sind für mich absolut Water. Ach, du Kacke. Hallo. Mach mal mal auf. Ich vermisse immer noch diese Zipline. Ja, dementsprechend heißt das, wir haben hier... Oh, das Plane ist normal. Das heißt, wir haben nicht immer ein Search Foil Land gezet. Das ist gut. Das ist wirklich gut, weil das macht die anderen wieder collectible. Ich habe es ja in dem... Was? Warum ist das jetzt am Kopf? Smothering Marsh und Farmland und wieder auf dem Kopf. Buried Ruins. Die Bridge. Ist das eine Karte? Ja, ist es. Es fühlt sich hinten schon wieder so weird an mit diesem Ding. Jason Bright. Dann haben wir Cirque Waste. Ich habe ja schon mal drüber gesagt. Collector Displays finde ich ganz nice. Und auch wirklich schön. Aber ich muss dabei sagen, Guardian Project Full Art, also Extended Art Foil, nichts wert. Ja. Eben genau aus diesem Problem. Almost perfect. Wir haben einfach das Problem, dass wir ganz, ganz viele Karten wirklich einfach hier in Searched Foil, in Extended Art, in allem bekommen. Und so ein Booster halt nicht so wirklich viel kostet. Also, natürlich sind Collector Displays und Collector Booster teuer. Nuclear Fallout und Prime Merlin Queen. Can't be countered. Return Target Spell, Return Target Non-Land. Das ist ein Highbreaker Horror. Auch in diesem Pit Boy gedönst. Sehr cool. Und Radiation. Ja. Weil das Problem ist, das sind keine richtigen Collector Sachen. Also, für den Sammler, der sagt, ich möchte da wirklich krass sammeln, ich möchte da wirklich reingehen, so voll, voll rein, für den muss sich das halt auch lohnen. Und ich glaube nicht, dass wir bisher irgendwas hier gezogen haben, dass sich für den Preis, den die Collector Displays oder Collector Booster kosten, sich die lohnen. Ja, Mountain & Search Foil. Sehr, sehr gut. Aber, ne, ist hier ein bisschen, seht ihr das? Das Search Foil hat hier so ein bisschen was am Rand kaputt gemacht. Oh, wow. Oh, wow. Das sehe ich jetzt erst. Ist das hier auch so? Oh, mein Gott. Ne, hier ist das nicht. Hier ist das auch. Guckt mal hier oben hin. Seht ihr, dass das, dieses Search Foiling, sich durch den schwarzen Rand zieht? Das macht das hier auch. Da, seht ihr diese Strahlen? Das ist natürlich krass. Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. So. Lambelight Major. Gary, Clone. Gary, Gary, Gary. Animal Friend. Open the Walls. Sehr coole Karte. Besonders mit dem Red Storm and Foil. Not bad. Pre-War Formware. Auch nicht so bad. Scattered Groves. Die ganzen Länder sind so viele Rearländer. Junktown. Sehr cool. Ja. Moose Fire Valley. In Foil. Dann haben wir ein Recon Craft Theater. Also das ist das Alien Auto. Die Moose Fire Valley. Und Strong. Brutisch. haben wir drüber geredet im Ding. Und wir haben Nuka Cola Winding Machine. Leider nicht in Foil. Aber eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Wirklich coole Karte. Wir können den Tappen, einen Food kreieren. Und immer wenn wir einen Food opfern, dann kriegen wir einen Treasure. Sehr, sehr, sehr cool. Und ein Red Storm in Pitboy. Foil. Nice. Nice, 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 nice. Die finde ich cool. Also die werten das Ganze ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Weil, also nicht nur die Coca-Cola, die Vending Machine, sondern generell diese Artworks aus dem Fallout-Universum, die werten das ab. Auch, dass sie nicht in jedem drei Stück reingepackt haben, sondern die wirklich seltener sind. Finde ich so wichtig und so gut. Und ja, deshalb gucken wir auf jeden Fall weiter und suchen wir das. Da ist eine Myerlock, Green Termorphic Expense, Basilisken-Ghullien-Foil. Spannend. Liberty Prime Recharged. Genau in der Version, in der man auch in dem Commander ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen wack. Ja. Dann haben wir die Military Base. Grimm. Na. Nestle Ground. Move a Counter. Kenne ich gar nicht. Serenity Bot. Nochmal Nesting Ground. Nochmal der Master Transcendent. Temple of Melody in Search Foil. Electrofusion mit Counter-Spell. Wir kriegen ein Ding. Und ui, ui, ui. Was sehe ich denn da? Caesar. Der sieht richtig nice aus. Ist nicht in Foil, aber sieht richtig nice aus. Wenn ich einen Commander spielen würde, würde ich ihn spielen. Und wir haben ein Foil-Soul-Ring. Nice. Nice. Foil-Soul-Ring finde ich richtig großartig. Ja. Machen wir mal weiter. Wie gesagt, ich finde es wirklich cool, dass sie die reingedit haben. Der Foil-Soul-Ring ist natürlich schon eine coole Karte. Ist leider kein Foil-Brenning-Machine, die glaube ich teurer wie der Sol-Ring ist. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und ja, das gucken wir mal. Assembler Legion, wirklich eine wunderschöne Karte. Na, hörst du auf. The Nipton Lottery, dann Almost Perfect in Foil. Nerd Rage in... Ey, hör mal auf zu knistern. Harmonize, wunderschönes Artwork von Harmonize. Wirklich, wirklich wunderschön. Strongback. Production Music Rare. Ja. Dann haben wir Three Dogs, Shattered Grove und... Snowshots Divided und die Sulphur Falls in Full Art Extended und Sun Paddle Grove. Es sind wirklich eine Menge Länder mit drin. Was nicht schlecht ist, weil es sind vier gespielte Länder. Dann haben wir Tamo Golf. Casual Tamo Golf Incoming. Zwei Mana X und X Plus Eins. Und ja, war früher mal ein großes Ding. Ist heutzutage nichts mehr wert. Und ein Synth Infiltrator in Pitboy. Voll. Das ist Pitboy voll. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ja, äh, Tamo Golf ist auch nichts mehr wert. Das ist irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Ähm, ich suche immer noch eine Scavenging Ground in, äh, Full Art, nicht Full Art, äh, Extended Art heißt das ja. Das heißt ja nicht Full Art, ähm, uh, der ist Sumpf. Extended Art, äh, Surged Foil, Arcane Signet und Foil, auch nicht bad. Clifftop Reach. Dann brauchen wir eine Menge mehr von diesen Ländern. Flagship. Der Red Stack. Eine sehr, sehr coole Karte tatsächlich. Dann haben wir zwei Non-Foils, die man hier ganz schlecht runterbekommt. Almost Perfect Sky Cloud Expense. Dann haben wir eine Power Armor. Die soll wohl flavormäßig nicht ganz so krass sein. Lethal Shame mit Convog, auch nicht bad. Dann haben wir dieses Electro-Syp-Wip-Wip-Wip, ich hab keine Ahnung. Austro Command, der war immer wirklich cool. Damit kann man halt Artefakte und Enchantments zerstören. Guardian Project in Full Art, Search World. Das müsste die highest Rarity sein, die Guardian Project bisher hatte. Glaube ich. Ja, auch nichts wert. Dann haben wir ein Wasteland, 100% Wasteland. Ja, seht ihr? Wasteland, wusste ich doch. Davon sind echt eine Menge drin. Dann haben wir noch so ein Security Squadron. Der ist ganz cool. Aber Wasteland in Non-Fall. Es sind doch mehr drin, als ich gedacht hab. Von diesen, von diesen, äh, äh, es sind ja keine... Wie heißen die denn? Haben die einen eigenen Namen? Weil es sind ja keine, äh, Special Guests oder sowas. Und es ist nicht das Pit-Boy Art, es ist halt das Fallout Special Treatment. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Die Insel. Die Insel ist hübsch. Sun Petal Grove. Talisman of Convenience. Bubblehead. Stimmt. Die können hier ja nummeriert drin sein. Das hab ich voll vergessen. Buttercup heißt Cultivate. Dann Rose. Das ist eine ganz gute Karte. Dann noch ein Martial Anthem. Ganz gute Karte. Code Swerve. Handy Helper. Ist eine sehr beliebte Karte. Basilisken Collier im Full Art. Extended Art. Teutelung. Overseer of Vault 76. Dark Water Catacombs. Sehr gute Karte. Sungraspery. Auch wieder hier. Zwei von den Ländern wieder. Dann Dr. Madison Lee und ein Foil Wasteland. Not bad. Not bad. Es sind aber echt viele drin. Wir haben einen Foil Solring. Einen Foil Wasteland. Non-Foil Solring. Non-Foil Vending Machine. In sechs Boostern. Sieben Boostern. Eins. Ja. In sieben Boostern. Das heißt ungefähr jedes zweite Booster hat mir jetzt so ein Ding. Das ist ja irgendwie schon weird. Mystic Forge. In einem schönen Artwork. Dann Explorer Scope. Terram of Expense. Exotic Ocean. Die Power Armor. Champions Helmet. Finde ich immer noch sehr cool. Plasma Caster. Temple of Enlightenment. Three Dog Galicies. New Today. Small Ring Marsh. Swift Foot Boots. Swift Foot Boots. Aber warum sind die denn hier hinten und nicht hier vorne? Die sind doch angekommen. Wir haben schon wieder was von dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Amor Palin und Nuka Cola Vending Machine in Foil. Sweet. Sweet, sage ich euch. Oh mein Gott. Das ist wirklich geil. Das ist die Karte, die man haben will. Wirklich. Ja. Gucken wir weiter. Ich bin gerade ein bisschen hyped. Wie gesagt, ich dachte jetzt nicht, dass wir so viele davon ziehen. Weil dann sind die gar nicht so selten, wie ich gedacht habe. Dann. Sommer der Sumpf. Sentry Board. Kellogg. Dangerous Mine. Faddle Ground. Red Death. Dann haben wir diese Non-Foils, die wirklich schwierig draus zu machen ist. Diese Länder. Es sind so viele Rare Länder. Open the Walls. Plasma Caster schon wieder. Dann ein Charger. Und ein Myelock Queen. Okay. Dann. Ein Vigor. Incarnation. Und nochmal ein Lord of the Unge. In Pit Boy. Voll. Krass. Gar nicht mal. Gar nicht mal so bad. So. Dann. Weiter geht's. Ich hab noch drei Booster vor mir. Und wir sind schon weit in der Zeit vorangeschrieben. Schrieben. Schritten. Schritten. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Ich bin froh, dass ihr noch zuguckt. Hier haben wir eine wunderschöne Insel. Helios One in Foil. Sehr, sehr cool. Dissolated Maya in Foil. Temple of Plenty. Also wie gesagt, Länder ohne Ende hier drin. Wirklich krass. Animal Friend und Hinterland Tabor. Dann Rex Cyberhound. Black Market in Foil. Preston Gervais. Champions Helmet in Full Art in Search Foil. Die Caesars Ace. Also die rechte Hand von Caesar. Mysterious Stranger in Pitbull. Und Wets. Das sieht richtig geil aus. Wets sieht richtig geil aus. Gibt's auch als Playmat, glaube ich. Genau das Artwork. Ja, wie gesagt. Wie immer. Manche Leute schreiben es ja immer wieder drunter. So, Blicki, kannst du nicht irgendwie noch die Preise dran machen? Du sagst immer, oh, das hat sich gelohnt. Oh, das ist vielleicht eine teure Karte. Oh, das ist cool. Mach doch mal Preise dran. Nee. Nee. Captain of the Watch. Auch gut. Path to Exile. In wirklich einem sehr geilen Artwork. Hier mit diesem Helm und diesem Mann, der da wegläuft. Von dieser Power Armor. Mega geil. Nee. Ich werde keine Preise dran schreiben. Das mache ich nicht. Das will ich nicht. Ich will das öffnen. Ich will mich daran erfreuen, dass ich zum Beispiel ein Scavenging Ground in Non-Foil ziehe. Verdammte Kacke. Und mir ist es egal, ob die Karte nur einen Euro wert ist. Und ich finde es egal, ob ich jetzt hier eine 5-Euro-Karte überblättere oder das hier 2-Euro koste. Ich will einfach sagen, Helios One ist eine geile Karte, weil es einfach ein Energy-Land ist. Und Path to Exile ist ein wunderschönes Artwork. Und das ist alles, was für mich zählt. Wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie dabei schreiben muss, oh, Wasteland Raider, die kosten 2 Cent. Das hat sich nicht gelohnt. Cliff DeBree hat sich nicht gelohnt. 2 Cent. Das will ich gar nicht. Ich will mit euch eine coole Erfahrung einfach haben. Und dabei geht es mir nicht um Preise. Was viel daran liegt, dass ich das nicht bezahlt habe. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an den guten Fabi. Weil ohne Lip Lab würde ich das nicht machen können. Bin ich ehrlich. Dann würde ich auch mehr auf Cent-Beträge gehen, wie ich das teilweise bei den Value-Challenges, bei Pre-Release usw. gemacht habe. Aber dann würde ich nicht so chillig hier sitzen und sagen, ich will einfach nur ein geiles Erlebnis haben. Ich will geile Booster aufmachen und mich über jede Karte freuen können. Egal, was der Preis ist. Außer das Tamo Golf. So, Cannon Sloth Vats. In auch einem coolen Artwork. Dann. Uh, das ist der, 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 der Hirsch. Und ein Gem Racer. Oh, das ist die Mutate Kreatur, oder? Ja. Das ist die Mutate Kreatur aus... Äh, Ikoria. Auch die ist sehr, sehr cool. Mir gefällt das wirklich, dass es auch so ein bisschen unterschiedliche Strichlinien hat. Je nachdem, wo gerade der Pitboy ist usw. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Fünf Tage wach. Letztes Booster. Forest. Cass. Nomad Auspost. Das Fate. Sulphur. Wii, der Farmer. James. Und Harned Scales in Extended Art. Geil. Harold und Bob. Die Story fand ich sehr, sehr, sehr krass. Die wurde mir jetzt erzählt und die habe ich mal nachgeguckt. Die wirkt sehr, sehr krass. Dann haben wir noch einen Maneuver. Dann haben wir noch den komischen Dude, den ich mit seinem Headset wirklich weird finde. Nochmal ein Guardian Project. Ich hoffe, die Karte ist was wert für den lieben Fabi. Ich habe keine Ahnung. Grim Reaper Sprint. Okay. Mein Gott, da ist noch was. Crucible of Worlds in einem sehr geilen Artwork. Und wir haben noch ein Ravages of War in Search Foil. Oh mein Gott. Ja. Crucible of Worlds. Geiles Artwork mit dem Gag. Und Ravages of War. Eine Karte, die jeder Commander Spieler mal gespielt haben muss. Um den Hass aller anderen Spieler herauszufinden. Bis Commander Spieler rallen, dass diese Karte nicht einfach random gedroppt wird und dann irgendwie ist. Sondern das ist eine Karte, die man spielt, wenn man eh schon gewonnen hat. Damit keiner mehr einem den Sieg aus den Händen reißen kann. Und dann ist die auch vollkommen okay. Und legal im Commander. Ja. Ich möchte das mal erwähnt haben. Sie ist nur legal im Commander. Und wenn man sie so benutzt, dass man danach das Spiel gewinnt, dann ist das okay. Und jetzt habe ich ganz viele Daumen nach unten. Oh, ist eine coole Karte. Hübsche Karte. Das war ein cooles Display. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, ob sich das rentiert hat. Aber es war ein cooles Display. Es war eine geile Erfahrung. Die Nuka-Cola-Vending-Machine. Das Wastelands. In verschiedenen Dingen. Es war wirklich einfach ein cooles Erlebnis. Und ich denke, dass das, 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 ja. Vielen Dank, dass ich das mit meiner Community teilen durfte. Wirklich. Vielen, 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 vielen Dank. Und deswegen. Gebt meinem lieben Fabi vorbei. Gebt dem einen Daumen nach oben auf alle seine Instagram-Posts. Und kauft was bei ihm auf Cardmarket. Denn ihr könnt diese Karten, die hier sind, vermutlich bei ihm im Shop zum Großteil kaufen. Und ja, dementsprechend schaut da vorbei. Lasst aber vorher noch ein Like hier da. Wie ich dir ja schon gesagt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, ein Like da lassen. Abonnieren. Mit eurer Großmutter teilen. Mit eurem Bruder, eurer Tochter oder sonst was. Lieben, lieben gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.